Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Sheltert. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, bis zum Einschalten und so. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie hier der Sachstand ist. Moment, wir haben einen Funkspruch. Schneckball ist am Apparat. Anscheinend liegen bei diesem kleinen Haus Sachen herum. Ja, ja, Objekte. Wir wollen Objekte. Oh, wir haben noch ganz viel Platz. Ich will Leder, ich will Gummi, ich will Essen, ich will Treibstoff und Linsen brauchen wir. Und ich habe meine Liste nicht mehr. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ich habe meine Liste nicht mehr. Also, was zu schreiben habe ich übrigens wie immer auch nicht hier. Sehr guter Schreibtisch. Sehr gute Vorbereitung auf diese Folge, wie immer. Aber so ist das Leben. Okay, wir müssen hier mal kurz Sachen aufklappen. Und den Hund bitte füttern. Wo seid ihr denn jetzt genau? Sagt mir das mal. Ach, hier oben waren wir, ne? Ah ja, wir hatten ja hier diese Auftragssachen. Von denen ich nicht mehr weiß, was der eine Typ jetzt wollte. Und erkunden die Stadt. Ja, gucken wir mal, was rauskommt. Wir haben ja jetzt mehr Platz. Mehr Platz. Und eine schöne, kunterbunte Behausung. Die sogar relativ gut dasteht. Guck mal, du kannst mal bitte schon mal den Generator reparieren. Den müssen wir übrigens endlich mal aufrüsten, ne? Haben wir überhaupt schon irgendwas von dem Ding aufgerüstet? Natürlich nicht. Kapazität. Haltbarkeit wäre eigentlich echt gut. Brauchen wir aber nicht. Ich hätte gerne, ich hätte viel lieber Effizienz. Aber dafür brauchen wir noch viel mehr Ventile. Ventile braucht die Welt. Ähm. Was brauchen wir denn noch? Äh, ich weiß gar nicht, wie eure Situation... Ich weiß nicht mehr, in welcher Situation die gerade sind. Ob wir jetzt Fremde ansprechen sollten oder nicht. Ich glaube, Hiro, ging es nicht so gut, oder? Hallo. Keine Panung, siehst du? Ich bewege mich ganz langsam. Oh, das ist Larry. Okay, wir nehmen mal Hiro. Ja. Handeln bitte. Wir haben Vorräte. Brauchst du irgendwas? Ha. Sieh dir das an. Wer braucht jetzt Hilfe? Erst wie ein großer Macker rumtönen. Und jetzt? Wer ist jetzt der große Macker, hä? Ja. Du bist bestimmt der große Plastikflasche. Kann leicht recyceln. Braucht jemand sowas? Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir... Guck mal, er will 30 dafür. Du spinnst wohl. Ja. Hey, zieh jetzt nicht den Schwanz ein. Ich habe hier eine Großfamilie zu ernähren. Du bist aber ein bisschen teuer, Meister. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Objekte, Essen, Verbandskasten, Seil will ich, Lampe will ich, den Schalter will ich. Den Motor möchte ich. Das können wir auch mal mitnehmen. Den Rest ist... Der Rest ist jetzt, glaube ich, nicht so nützlich. Oder haben wir davon irgendwas dabei? Nee, ne? Nö. Nö. Das passt. Das passt schon. Und Hauke hat mich gefragt. Also Hauke, in echt, Moment. Ja, guck's dir an, ob wir so viel Essen brauchen. Ja. Wir brauchen sogar noch mehr. Essen ist immer gut. Wie viel Wasser haben wir denn? 47. Ja, komm, da kannst du mal was trinken. Was ist denn jetzt, wenn hier jetzt noch eine Bombe fällt und draußen geht alles Essbare kaputt? Okay, dann werden wir definitiv sterben, weil das Essen wird nicht ewig halten, aber wir leben noch vielleicht zwei Tage länger. Und in zwei Tagen kann viel passieren, Hauke. Das ist so. Das ist so. Wir brauchen Essen. Mehr Essen. So. Ja, Objekte. Oh ja, oh, geil. Leder. Siehst du? Noch mehr Essen, für das ich übrigens keinen Platz habe. Das kann ich mal noch mitnehmen. Den kann ich mal noch mitnehmen. Habe ich dafür noch Platz? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wasser. Kann ich noch eine mitnehmen? Wasser haben wir ja hier en masse. Soll ich Wasser weggeben? Noch mehr Essen mitnehmen? Ach nein. Fünf Essen haben wir jetzt dabei. Wir haben auch noch genug da. Das passt schon. Ah, guck mal. Das können wir auch noch mitnehmen. Von denen hätte ich eben noch mehr mitnehmen können. Naja, so. So ist das. Wollen wir ein Buch mitholen? Ich glaube, das hat viel Handelswert, ne? Oh, hier ist doch. Jetzt haben wir, jetzt, jetzt, jetzt haben wir richtig viel Futter. Aber was lege ich denn für das Buch weg? Ne, eine Farbdose möchte ich nicht weg. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, ne? Ich lege mal die Farbdose weg und nehme mal das Buch mit. Und die Dinger können wir theoretisch ja auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ich will daher nicht so viele Slots verballern. Wie viel Lagerplatz haben wir denn noch? Eigentlich gar nicht mehr so die Welt. Eigentlich gar nicht so die Welt. Was kostet denn eine Kiste? So eine große. Relativ viel. Aber das kann man wohl mal machen. 30 Slots. Es sind 4 und 4. Es sind 8. Ach, komm. Wo kann man die denn aber mal hinstellen? Wir haben ja hier gar keinen Platz mehr. Wir haben überhaupt keinen Platz dafür. Wollen wir uns mal noch einen Raum anschaffen? Warum nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Wollen wir hier mal noch einen Raum basteln? Hier, Hauke kann das mal machen. Und dann kriegt Hauke auch was von dem Essen ab. Vielleicht. So viel haben wir nämlich gar nicht. Nee, Quatsch. Natürlich. Du kannst dein Essen. Huch. Huch. Äh, 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 äh. In der Schule. Ja, in der Schule gibt es bestimmt Waffen. 100 pro gibt es in der Schule Waffen. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Wie sieht denn hier so die Gesamtlage aus? Ein Bett kann mal repariert werden. Welches denn? Das hier. Komm, das kannst du mal reparieren, Pader. Aber sei so gut. Das finde ich sehr, 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 sehr toll. Und Objekte, Waffen. Fast. Metall. Oh Mist. Metall muss ich auf jeden Fall hier erstmal linsen. Holz auch nicht. Das müssen wir auch gleich irgendwie. Haben wir Rohre? Ja. Haben wir Nägel? Nee, haben wir Nylon? Nee. Ungünstig. Ungünstig. Wir packen das und das mal weg. Dafür nehmen wir auf jeden Fall mal Holz mit. Scharniere auf jeden Fall mitnehmen. Gummi auch. Naja, kaputtes Radio. Ich will es nicht wegschmeißen. Kordit brauche ich, glaube ich, nicht. Wir nehmen dafür Metall mit. Die Wolle hätte ich furchtbar gern und das Nylon auch. Den Zement können wir mal liegen lassen. Wir haben ja gerade jetzt einen Raum gebaut. Bücher nehme ich alle mit. Sollen wir einmal Wasser hier liegen? Äh, Wasser da lassen? Zehn Wasser holen wir dann mit. Sollen wir das tun? Haben wir eine Säge? Nein. Ich möchte sie mitnehmen. Ich will immer noch die Wolle. Wir haben sechs Glühbirnen. Brauchen wir die überhaupt? Das ist die große Frage. Von denen haben wir zwei. 30? Also da sind wir erstmal eine Weile versorgt. Von der Sicherung haben wir acht. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht so wirklich gebraucht. Oh, ich habe hier einen Slot zu viel frei gemacht. Was nehmen wir denn wieder mit? Wasser, hm? Ich weiß nicht, wann es regnet. Und dann regnet es, bevor die zurückkommen. Und das Wasser ist wieder voll. Und dann waren das drei Slots umsonst. Und dann haut ihr mich. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Dann haut ihr mich. Ich bin so unschlüssig. Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Ich weiß es doch nicht. Ich nehme das mit. Keine Ahnung, ob das eine sehr gute... Siehste, da regnet es. Siehste, da regnet es. Und schon ist das Wasser bald wieder voll. So, wir nehmen dich hier mal an. Fanden wir eine kleine... Oh ja, bitte. Medikamente for free. Gibt es hier noch was, was wir bald mal reparieren können? Die gute Dusche. Oh, Medikamente. Yes. Noch mehr Seil, noch mehr Nylon, noch mehr Holz. Finde ich sehr schön. Valium haben wir nur zwei. Und Antistrahlung haben wir vier. Was nehmen? Wasser. Valium dafür. Noch irgendwas. Fünf Wasser. Das ist eigentlich zum Handeln ziemlich geil, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir die nicht brauchten. Ich glaube schon. Für irgendwas brauchten wir die bestimmt. Komm, wir legen den einen Nagel da mal weg und nehmen dafür die mit. Wollen wir sonst noch irgendwas weglegen für das Wasser? Nee. Das passt. Das regnet jetzt voll. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. So, was brauchten wir denn nochmal, um dich aufzurüsten? So viele Schalter und Linsen. Ja. Und dafür waren es Ventile. Hier verbrauchen wir auch Ventile, ne? Nee. Das ist gut. Gut zu wissen. Wo seid ihr in der Tankstelle? Da gibt es bestimmt auch Waffen. Nicht ganz. Aber wir haben Essen. Wir haben Treibstoff. Steibstoffseile. Ja. Das kann ich. Davon haben wir einen. Davon haben wir keinen. Davon haben wir keinen. Aber wir haben ja jetzt schon eine Säge mitgenommen an Werkzeug. Ist das doch schon mal was? Oh, hier. Die haben wir zwei Schalter. Das ist sehr gut, wenn wir die mitbringen. Okay. Wir sind voll. Soll ich irgendwas zurücklassen für Werkzeug? Nö. Wir haben ja Zeit hier, um die Sachen zu bauen. Also so ist es ja nicht. Komm, wir sprechen die mal an und ich hoffe, keiner stirbt. Ansonsten müssen wir weglaufen. Es sind zwei Leute. Wir müssen auf jeden Fall weglaufen. Keine Angst. Ich bin ein Freund. Handeln. Ich bin... Oh mein... Oh, 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 mein Wecker. Ich bin nur auf der Suche nach ein paar Vorräten. Anna. Leute wie du, die immer etwas haben wollen, haben dieses Land überhaupt erst in den Ruinen getrieben. Wenn du das sagst. Naja, Hauptsache wir gehen friedlich auseinander. Oh, Heike möchte... Heike, Entschuldigung. Hauke möchte schlafen? Dann geh doch mal. Hast es dir verdient? Hast viel gearbeitet? Und Pada, ich möchte, dass du mir nochmal was baust, bitte. Bevor wir hier da gleich dran gehen. Mittleres Regenfass. Gibt es hier kein großes? Hier erst. Okay. Wir bauen jetzt nochmal ein mittleres Regenfass. Warte, was kostet uns das überhaupt? Ah, Hilfe. Erst über die... Erst Übertragung annehmen. Ich bin... Ich bin überfordert. Dann müssen wir Kraftstoff nachfüllen. Und dann gucken wir, was das Regenfass kostet. Das kostet nicht so viel. Das kann man machen. So. Wasser ist sehr, sehr, sehr wichtig. Davon so viel wie möglich zu haben, schadet niemals. Es schadet einfach nichts. Weil überlegt mal, wie viel Wasser wir jetzt brauchen, um alleine in die Städte zu kommen. 50. Und wenn es dann eine Weile nicht mehr regnet, ist das echt blöd. Guck mal, Objekte. Oh, ein Keilriemen. Eine Autobatterie. Was geht ab? Eine Lichtmaschine hier. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir aussortieren. Also Wasser weg. Batterie rein. Ähm... Ja. Jetzt ist die große Frage. Bücher weg. Lichtmaschine rein. Motor weg. Keilriemen rein. Gibt es denn hier jetzt sonst noch? Baseballschläger braucht kein Mensch. Brauchen wir die? Ich habe keine Ahnung. Will ich Klebeband mitnehmen? Nö. Schade. Hätte ich gern. Zwölf. Ja, hm. Ja, hm. Ja, hier Metall drin. Warum habe ich das raus... Habe ich das anderes rausgenommen? Habe ich jetzt vergessen. Was habe ich denn jetzt weggemacht? Die Motoren bestimmt, oder? Ich glaube, die habe ich nicht gebraucht. Aber wir haben drei Autoteile. Yes! Ich liebe es. Kommt schnell zurück. Oh, jetzt hört es auf zu regnen. Jetzt kommt schwarzer Regen. Das ist sehr, sehr ungünstig. Denn jetzt geht die Kontamination nach oben. Gut, Pader. Du kannst erst mal eine Runde schlafen. Ist doch eine Maßnahme, bis dann hier... Bis wir weniger Kontaminationen haben. 130 können wir jetzt speichern. Das ist doch schon mal was. Wollen wir die Fremden ansprechen? Ne, kommen wir... Wir wollen uns mal davon schleichen. Ich weiß nicht mehr, wie die Gesundheit war. Ich weiß es einfach nicht mehr. Und ich möchte nicht, dass jemand stirbt. Wir sind jetzt mittlerweile in Folge 17. Und ich möchte nicht, dass jemand stirbt. Das finde ich blöd. Oh, guck mal. Da kommen die schon wieder. Ja! Kontaminationen. 22. Das ist sehr ungünstig. Also gehen wir erst mal auf die Toilette. Wollen wir was trinken. Na, komm schon. Yay! Und wir haben an Wahrnehmung dazu gekriegt. Okay, los geht's. Ach, ich wollte gerade hier rumtüdeln. Das weg, das, 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 das. Ja. Ja. Ich bin begeistert. So, Hiro. Muss duschen, muss schlafen. Oh, komm. Geht erst mal alle beide schlafen. Danach könnt ihr duschen. Und dann könnt ihr was essen. Oh, wir haben, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Tag 49. Was haben wir nur getan? Ich kann es einfach nicht vergessen. Wir haben doch niemanden getötet, oder? Habe ich das, habe ich das schon wieder vergessen? Diesen, diesen, diesen Eintrag hatten wir erst. So ein Quatsch. Kontamination 11. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Wir putzen noch ein bisschen. Wir putzen hier mal noch ein bisschen, bis das Wasser wieder sauber ist. So, sehr schön, das Wasser ist sauber. Du bist fertig mit Putzen. Jetzt kannst du auch was trinken. Und danach kannst du dir was zu schnabulieren machen. Und dann ist der Paar da wieder Tutti Frutti dabei. So, dann kannst du jetzt auch mal auf die Toilette. Und danach kannst du mal duschen. Und dann kannst du eigentlich was essen. Aber erst dann, weil wir wollen ja, wir wollen ja nicht wieder die Kozaritis im Raum. So, und du bist mal so nett und kannst mal Teile hinzufügen. Musst du dafür nach draußen. Dann hol dir mal den Anzug. Und dann kannst du mal Teile hinzufügen. Ich glaube, wir haben bald... Ich wette, wir brauchen ewig, um den letzten Reifen zu finden. Hundertprozentig brauchen wir Stunden dafür. Huch, bis Tage, bis Wochen. So ungefähr 500 Millionen Folgen. Nein, wir ziehen das dann nicht unnötig in die Länge. Ach, Quatsch. So, du bist sauber, Hauke. Dann kannst du jetzt mal einmal was essen. Und danach kannst du dir mal was zu Züffeln holen. Schneckball geht erstmal duschen. Oh, Pader muss den Anzug. Ist hier wieder Management hoch 10. Pader kann auch schon bald wieder was trinken. Du meine Fresse. Dann mach das mal. Und dann putzt du bitte nochmal. Und dann gucken wir uns den mal an. Wir brauchen noch einen Anlasser. Einen Kupplungsseil. Noch einen Reifen, Verteiler und Zündkerzen. Aber wir haben ja schon mal gut die Hälfte. Wir sind auf einem guten Weg, Leute. Auf einem guten Weg. So, wie ist denn eigentlich so die Gesundheit? Seht ihr da? Seht ihr da? Hiro ist nämlich etwas angeschlagen. Schneckball ist aber gut drauf. Die hat volle Gesundheit. Ja, dann muss Hiro hier noch... Der muss sich hier noch ein bisschen heilen. Das dauert wohl noch ein bisschen. Zuerst muss der mal ausschlafen. Ach, ich wollte gerade sagen, Pader, du hast hier was vergessen. Da ist nicht gewischt. So, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir bringen die zwei nochmal zum Laufen. Und dann gehen wir uns mal noch den Rest der Karte ein bisschen anschauen. Oder? Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt immer noch genauso viel Spaß an dem Spiel wie ich. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Tschüss.